Die Jungen, wo meine Flüte und da heulebe Landraten und Landrettchen und dann mein herzliches Willkommen zurück im Touristenhotel Par Excellons mit dem guten Walvorik. Servus und hallo. So, wir haben festgestellt, also meine Aufnahmetaste ist die Makro 1 und die löst hier die Personalliste im Spiel aus. Schön, dass das Spiel das programmiert hat. Schön, dass das Klo immer noch keine Tür hat. Okay, jetzt doch wieder. Ja, in der Vorschau, aber nicht im finalen Bau. Ich meine, ich kann es aber auch verstehen. Die Fenster werden ja immer noch zugekleistert von Kacheln. Irgendwo muss ja der Gestank hinabziehen. Schön ist, Kacknuss. Mir ist so schlecht, Herr Doktor. Sind sie am Klo vorbeigegangen? Kannst du, äh, ja? Anpassen. Hier würde ich es auch gerne. Jetzt bin ich voll im AI. Das sieht, nee, nee. Das sieht Standard noch echt am besten aus gerade. Schuppen. Da hätte man noch was zu freischalten. Schuppen. Ja, wer möchte bei dem Anblick nicht auf Klo gehen? Hier riecht es so nach Fisch. Ja, oh Gott. Oh Gott. Wie in so einem alten Heim, wo es auch irgendwie... Egal. Egal. Ja. Ähm. Jo. Warte mal, dann können wir hier aber auch nochmal eben anpassen. Spendieren wir den auch mal für sowas. Und Boden... Weißt du, die Standardsachen sind echt ein bisschen sehr lame. Ich glaube, wir beim... Davonlaufen wir das alles nach Marshmallow. Ach, das soll ein Marshmallow sein? Rosa, ne da. Ihr kennt hier kein Marshmallow. Alter. Das sieht eh aus. Wenn ich es keine drei Minuten ausfahre. Das ist ein bisschen so wie diese Terrorkröte da bei den Simpsons. Kenne ich wieder nicht. Ach so, okay. Die machen da so eine Verarschung von so japanischen Serien. Und jetzt kommt wieder die japanische... Blablabla. Oder keine Ahnung. Asiatische Kröte da. Und die original guckt die ganze Zeit. Und die Kamera hat so Hypno-Augen. Und jeder, der dann zum Fernsehen guckt, wälzt sie auf den Boden. Und so... Okay. Ach ja. Gut, hier, komm, in den Raum spenden die auch noch eine kleine Anpassung. Und irgendwelche haben wir da unten noch zum Freischalten. Ja, noch. Aber die sehen auch nicht wirklich besser aus. Ich hab mir die jetzt mal gespart. Äh, boah, das Wende. Kubodial. Wie viele Ideen und Holzwurm. Und Holzwurm könnte eventuell... Sehr dunkel, finde ich. Boah, das ist so ein Psychiater-Ding. Ja. Weil überall dieselben Wände sind auch müssten. Naja. Eine Klowende. Wir brauchen unbedingt noch irgendeinen... Ja, genau. So einen Borgraum braucht man noch irgendwo. Passt doch eigentlich hier. Weil hier ist doch so ein Computer-Ding, was man dann immer ausbaut. Hm, okay, cool. Easy-Scan, ja. Da brauch ich mal noch die Chips, oder? Machen wir Light-Borg. Die, die... Wie heißen die noch? Isolinearen Chips? Mhm. Oder? Die hießen doch irgendwie so, ne? Ich weiß nicht mehr. So was. Lol. Die Tapete von... Das ist nicht die Tapete von drinnen, oder? Das ist eine andere. Oder ist die alte noch? Die klebt noch an der Tür. Guti. Ja, dann stellen wir mal Personal ein. Ähm. Zufrieden. Tempo. Vielleicht den guten? Ich kann überlegen. Das Marketing, der bringt uns nichts. Der lernt schnell. Der ist freundlich zu Kunden. Ja, toll, aber wir brauchen diesen Brief. Ja, scheiß drauf. Hauptsache schnell da, der zweite. Roger. Ja. Roger, roger. So, dann brauchen wir einen Arzt. Da würde ich den obersten nehmen, weil... Wir brauchen einen Arzt. Mhm. Was hat der zweite? Bin sie überholt. Jetzt erste. Äh, das ist Radiologie. Für den Mega-Scanner. Okay. Mhm. Ich frag mich nur, also... Deswegen weiß ich nicht, was für Räume wir hier brauchen. Ob wir hier wirklich mit Knochenbrüchen und Co. agieren, oder ob das hier eher so Virus-Krankheiten sind. Wie gesagt, es gibt ja auch neue Räume. Geh mal raus da. Geh mal aufs X. Und dann... ...war irgendwo die Quest-Liste, was wir erreichen müssen. Diese Ziele. War eigentlich auf der rechten Seite vorher. Ja. Kannst du da irgendwo drüber scrollen, über Kubismus? Äh, was für Kubismus? Ach da. Heide-C-Patienten mit Kubismus. In der Diagnose-Behandlungszimmer... Okay, steht jetzt nicht da, was es sein soll. Weiß ich, in dem Behandlungszimmer dein bestes Personal zu installieren. Upgrades... Ja, also meistens kommt ja noch so eine Nachricht dann irgendwann. Krankheit sowieso wurde jetzt festgestellt. Zum Behandeln brauchen wir Raum XY. Und das kommt dann wahrscheinlich erst noch. Haben wir eine Liste? Gibt es irgendwie so ein Wiki oder sowas mittlerweile? Wo wir an Krankheiten nachschauen können, was wir dafür brauchen? Oder nicht? Äh, also zum Teil weiß ich es noch. Also zum... Aber, ähm... Äh, es wird... Nee, Kubismus jetzt zum Beispiel. Kubismus wirst du nicht wissen. Das jetzt noch nicht, nein. Gibt es da mittlerweile irgendwas, wo man nachschauen kann? Also es gibt vielleicht... So wie es es im Hospital gab? Also es kann sein, ich... Also im Spiel drinnen. Im Spiel nicht, nein. Im Spiel nicht, nein. Hier ist nichts. Also auch nicht da unten links. Bei diesen Ansichten. Hier? Optionen? Nee, nicht Optionen. Und dann vielleicht Zimmer? Ja, aber da bauen wir Zimmer mit. Okay. Ich kann höchstens hier mal... Also, kann man mal Filter... Kann ich hier tippen? Tippt ihr hier was? Nee. Behandlung. Also man kann nach... Dem, was sie behandeln, sortieren. Ich lese jetzt hier noch nichts. Nur, wenn wir es hier erforscht haben. Genau. Dafür müssen wir erstmal wissen, was... Also, klar, eventuell müssen wir den Raum zur Behandlung erforschen. Das kann gut sein. Das weiß ich jetzt noch nicht. Oder wir können ihn einfach so bauen. Aber dann weiß ich halt jetzt nicht, welchen Raum Kubismus behandelt. Das kriegen wir aber definitiv immer als Nachricht hier. Die tauchen dann hier auf. Mit, ähm... Patient XY wurde mit der und der... Krankheit identifiziert und bauen das dagegen. Es wird nur sehr praktisch, wenn wir das jetzt schon wüssten, dass wir das Krankenhaus schon planen können, bevor die Leute dastehen und wieder sagen, Moment, ich müssen was erst erforschen. Und, ähm... Eigentlich sind wir noch gar nicht bereit für sie. Gehen sie bitte wieder. Aber, ja. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, was hier so rein. Wir können ja noch, warte mal, wir brauchen noch einen Hauschmeister mit Geistererfahrung. Das ist auch immer gut. Der Heimsaal. Und der hier ist auch super. Alf Kurven. Der Kurven. Der kurvt immer so durch die Gegend. Generell haben wir noch... Ist zwar unhygienisch, aber... Hast schon. Wir haben noch gar keine Sitzmöglichkeiten für unsere... Patientin. Geben wir denen auch diese, diese... Für unsere Touris. Kurvenmöbel. Oder... Ja, komm, oder? Gönnen wir denen mal was richtig Nices. Sitzwürfel. Lauter Sitzwürfel hinweilen. Geil. Kreativ anders, oder? Ich suche die Stühle die ganze Zeit. Wo sind die hier? Da. Korbstuhl. So. Entlang der Reihe hier. Also entlang den... Ja, hier zum Beispiel. Und bei den Türen dann auch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt hier dann irgendwie noch einen Raum reinbauen. Deswegen mache ich jetzt erstmal... Ja, nee, würde ich genau da vorne machen. So zwei. Ansonsten sollten sie die Sitzkissen hier überall verwenden. Der erste Patient ist da. Wie sieht denn der aus? Sehen die jetzt hier anders aus? Sie schläft aber immer allein. Oder eher. An der Rezeption. Guck dir das Gefühl, der kommt uns an. Hat halt Torazan, also auch ein Turi. Klatscht sich gleich mal auf so einen Würfel. Guckt in der Gegend rum. Dum, die, dum, die, dum, die, dum. Ah, einen Krankenpfleger brauchen wir, ne? Kein Geld, keine Behandlung. Alter! Nett! Hypokratischer Eind. Was ist das? Warte mal, das hier ist Behandlung. Das ist... Was ist das? Apothekenverwaltung? Okay. Das weiß ich. Achso, genau. Apotheke müssen wir später auch noch bauen. Aber was war denn... Genau, Diagnosehandel brauchen wir für die Räume. Oh Gott, müssen wir jetzt echt den teuersten nehmen? Barbara Aubergine. Ist halt der Einzige gerade, oder? Ja. Aber die ist so teuer, finde ich. Sonst warten wir halt, wann kommen neue? Äh, warte. Jetzt kriegen wir gleich Bewerbung in vier Tagen. Okay. Cool. Schnell noch Bewerbung, Leute. Apotheke benötigt. Warte mal, machen wir mal kurz Pause. Ist das vielleicht die berühmte... Apotheke? Ja. Nein, Google, ich... Nein, oh. Okay, Google, bau eine Apotheke. Warte, ich wollte die Nachricht erst lesen. Vielleicht ist das ja schon die Lösung für Kubismus. Apotheke benötigt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Verbaler Durchfall. Verbaler Durchfall. Die Krankheit, von der alle reden, bereitet sich schnell aus und ist meilenweit zu hören. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird das Folgende zwar benötigt. Apotheke. Die Konstruktionskosten betragen sich, ich glaube, 7600 Euro. Warten Sie bitte. Und der andere Patient hat ebenfalls verbalen Durchfall. Warten Sie bitte, wie die Worten sind. Passt aber auch irgendwie ganz gut zu so einem Tourismusort, oder? Verbaler Durchfall, ja. Ja, wie du auskotzt über alles. Boah, die Preise hier und die Freundlichkeit da und die Hygiene und so hier bei uns in Deutschland ist doch viel besser. Oder Österreich. Es passt zu dem, also Deutsche würden das immer sagen. Also richtig auskotzen. So. Kleine Apotheke. Die kriegt natürlich auch ihre kleine Kaffee-Ecke hier hinten irgendwie. ins Eck geklatscht. Das nötig man nicht. Ja. Kann man hier vielleicht auch irgendwie nach. Sitzmöglichkeiten oder sowas. Ja, ich sitze. Wo denn? Ach, da sitze. Wunderbar. Kriegen alle diese Kopfstühle? Äh, wie komme ich da zurück? Alle. So. Fehlt noch was? Ja, vielleicht ein Aktenschrank. So. Oh, Klimaanlagen. Warte mal, wir sollen da auch noch Klimaanlagen hier irgendwie überall. Ja, wäre nicht schlecht. Ähm. Allgemein können... Wie viel haben wir angefangen? 250.000? Ja. Uh, hier ist aber warm, du. Hier ist es warm. Ui. Gibt es vielleicht auch eine große Klimaanlage? Oder einen Eisschrank am besten? Na, das wäre... So eine Statue gibt es. Eisskultur. Senkt die... Senkt aber die Temperatur. Okay. Steht da. Ja, dann. YOLO. Auch raus. Ja. Geil. Ich würde noch mehr setzen. Just saying. Na mal, Kühlschrank. Deko-Objekt. Okay. Keine große Klimaanlage? Was war denn? Das ist ein Treibhausdruck, das wir noch damit zu tun haben. Klimaanlage... Oh, warte mal. Es gibt die... Achso, es gibt die kleine und es gibt die normale. Haha. Okay. Jo, die haut rein. Boah, direkt neben den Stühlen. Ja, schön. Da haben die sich auch garantiert alle verkühlen, die noch nicht verkühlt sind. Ich bin mit einem Beinbruch hier reingekommen. Mittlerweile habe ich eine Krippe. So. Soll, glaube ich, erstmal langen, oder? Aber... Noch in diesen Räumen da? Nee, stimmt. Toilette oder Temperatur. Da kannst du was Kleines auch reinhauen. Hier wahrscheinlich eine große eher, oder? Boah, Alter. Geht gerade mal auf gelb und orange. Ja, na, wenn du es am Rand platzierst, dann verstehe ich es. Solltest du es eh in der Mitte platzieren, dann reicht ein kleines auch. Meinst du? Probier mal ein kleines dann. Oh, lol. Oh, lol. Ist ja komisch. Es platziert, strahlt es ab. Verstehe ich nicht. So, und das sind die... Die sehen so aus wie so Ananas-Dinger hier, oder? Ja. Nice. Okay, so. Ja, echt bei Kreativ, das Krankenhaus hier. Mit den Sitzen, den Skulpturen. Worauf wartet ihr jetzt? Oh, Apotheke. Hoffentlich muss der Hausweister, die nicht immer wieder neu formen, die Skulpturen. Das kann natürlich sein. Ja, keine Ahnung. 19 Tage? Krankenpfleger zur Apotheke, bitte. Und der kotzt schon mal hin, oder was auch immer er hier macht. Alter, diese Patienten. Die einzelnen Tage hier verstrichen aber auch wie ewig. Sollen wir noch einen Hausmeister einstellen? Ich habe zwei für einen Raum, also für einen Gebäudetrag, meine ich. Ach, zwei, okay, ja dann. Ich habe einen mit Geistern und einen für Mechanikarbeiten genommen. Okay. So, und W, der hat jetzt hier nicht gleich Apothekenkenntnis, oder zumindest irgendwie was brauchbares. Gar nichts, egal. Gar nichts ist auch gut. Gar nichts können wir dir beibringen. So, warte mal, kann man jetzt hier das... Also, sie haben zumindest keine Ladebalken wie die Müllammer, die Dinger hier. Die strahlen halt nur, aber vielleicht strahlen sie da ein bisschen weniger später. Werden wir eh sehen. Das kann natürlich sein. Oh, eine Kioskütte in so Bambus. Die müssen wir uns auch irgendwann später mal zulegen. Was ich jetzt eigentlich noch suche, sind sowas wie Mülleimer. Wo werden denn die hier versteckt? Unter empfohlen? Ja, okay. Ja. Reduziert Abfall. Reduziert Abfall. Reduziert Abfall. Klingt komisch, ist so. Oh, der Erste ist gestorben, geil. Gratuliere Ahnung. Erste Behandlung, erst der Tor. Geil. Läuft wieder richtig. Ich will nicht, dass dein Sterne hat. Ja, dann nehmen wir halt den Sondermülleimer hier. Der kann nämlich belastbare Anhalte verwerten. Wie Leichen, Röste. Ist das so ein bisschen wie bei, ähm, wie hieß die Serie mit Walter White nochmal? Breaking Bad. Breaking Bad. Wo sie sich die Leichen immer in ihren komischen Säurefässern aufgelöst haben. Ja. Sieht ein bisschen aus, als würde die gerade am Pott sitzen, die. Jetzt ist er aufgestanden. Setz dich die nächste hin. Wir könnten hier mal ein paar Stühle oder Sitzkissen rüberlegen. Ja, genau. Setz dich einfach so drauf. Achso, du musst erst einstellen, wie sie dort sitzen. Ja, wundert mich auch ein bisschen. Da hätte ich es ehrlich gesagt lieber allround gehabt. Mhm. Ich meine, die Dinger sind quadratisch. Ja, und in echt würde sich auch jeder Mensch in jede Richtung draufsetzen, wie es ihm gerade passt, ne? Ja, oder die verschleppen, irgendwo anders hin parken. So. Die würden am Ende des Tages sicher nicht mehr dort stehen, wo wir sie hingestellt haben. Nee, also wenn's... Kartkrankenwagen. Okay. Jo. Kartkrankenwagen. Ich würde am liebsten jetzt schon mal irgendwie so eine Erweiterung bauen für die Schulungs-Arien, damit wir das irgendwie mal parallel ein bisschen anlaufen lassen können schon mal. Die Frage ist, wo? Hier würde es sich anbieten, weil es relativ klein und nah ist und nicht wirklich viel kostet. Das kostet schon 60, 45. Ah nee, das ist auch so... Weit weg, ne? So verspragelt, also so komischer Bau. Na komm, dann nehmen wir den hier. Also ich finde eigentlich, dass... Was denn? Er klickt immer, bevor ich was sagen kann. Ja, ich hätte... Ich finde eigentlich das Recht davon besser, der Park. Weil da hat man mehr Platz, um zu bauen. Das ist auch nicht so verspragelt. Ja, das kann man ja später für die Behandlungssachen, aber hier jetzt erstmal nur so ein Forschungslabor und, wie heißt das, andere Schulungsraum. Damit wir das Personal mal entsprechend trainieren. Kann man ja mal die Taxis aus unserem Krankenhaus rausbringen? Kommt gleich so die Durchsage. Sie werden gebeten, ihre Taxis woanders zu parken. Der Halter des Kennzeichens Taxi wird gebeten. Wird der Sound eigentlich übertragen bei Discord? Ja. Okay, cool. Wir machen das jetzt hier nämlich ganz fresh und cash. Was man leider immer noch nicht ganz sagen kann, ist, was die Patienten sich denken. Oder wie... Das ist noch ein bisschen das Manko gewesen, was wir damals schon gesagt haben. Und ich finde immer noch, dass man teilweise nicht sieht, was sich die Patienten jetzt genau denken. Ja. Sie furchteln irgendwas herum, wie der oben gerade. Aber was genau das bedeutet, ob er jetzt zufrieden ist oder nicht, schwer auszumachen. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Ja, echt. Das klingt ein bisschen so wie The Baking Man is Baking Bread. Durchsagen ist ein echter Hammer. So, übertreiben müssen wir nicht. Machen wir nur so drei Stühle. Dann können wir drei Leute gleichzeitig trainieren. Ich würde sagen, wir fangen dann auch mit dem hier gleich mal an. Also, bräuchten wir auch noch. Ach stimmt, die haben wir nur hier drinnen gebaut, ne? Uh. Oder was fallen die essen und Getränke? Und wir haben da unseren ersten File mit so einem Rufzeichen. Der wird uns wahrscheinlich gleich sagen, bauen sie bla bla. File mit Rufzeichen? Ach, das ist da unten, meinst du? Mhm. Das ist Personal-Ausforderung. Ja, der oben da, der... Ach so, Personal ist das, okay. Sieht halt nach Mitarbeiter aus, oder? Wie die da rumläuft. Das ist die. Die vorne, der mit der vom Baking. Also, das heißt ja Personal-Ausforderung. Das heißt, dein Personal gibt dir eine Herausforderung. Okay, die sieht nicht aus, als wäre sie unser Personal. Das ist eine Hausmeister. Das ist die Hausmeisterin. Also, eine von den beiden. Ne, dann nicht. Dann ist es sicher nur wieder Gehaltserhöhung. Das können wir auch noch ignorieren. So. Jetzt haben sie mal alles hier irgendwie halbwegs... ...zentriert beieinander. Bedient euch, meine Damen und Herren. Bedient euch. So. Thomasina Heimzahl. Hausmeisterpraktikantin. Magst du? Wir könnten hier so viel erreichen. Ein paar mehr Pflanzen ziehen. Das Bild aufhängen. Etwas Kunst. Wir könnten vielleicht sogar das Erbrochene aufwischen. Ja, das ist doch dein Job. Krankenhaus-Attraktivität. Ist auch geil. Wenn sie zum Chef kommt und sagt, ach, wir könnten doch mal das Erbrochene hier aufwischen. Was halten Sie da vor? Und der ganze Müll. Also, denk doch mal an den Müll. Krankenhaus-Attraktivität von 70% ergibt mehr Zufriedenheit. So mal, so mal nicht. Wie viel haben wir aktuell? Steht das da? Ne. Doch, warte mal. Krankenhaus-Attraktivität. Hier, da, da. Hier steht sie. 60. Also 60 auf 70. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Von 60 auf 70 in 180 Tagen. Challenge accepted. Und Station benötigt. Unsere Ärzte haben... Okay. Ich wollte schon sagen, klingt wie die Beschleunigung von Darcher, aber... Wo war ich jetzt? Station benötigt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Müde Knochen. Eine Ermüdung des Skelettes aufgrund von Calcium-Unterversorgung. Nach der Diagnose werden die Patienten umgehend auf eine Station verlegt, wo sie mehrere Tage verbringen müssen. Während des Aufenthalts werden sie dann von einem Krankenpfleger mit Milch und Keksen gefüttert. Das ist die Behandlung. Wir geben den Patienten Milch und Kekse. Gib den Affen sogar. Und anschließend bringen wir sie gleich zum Kardiologen, ja. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird das Folgenzimmer benötigt. Station, die Konstruktionskosten 7500. Okay. Warte mal ab. Die Station kriegen wir garantiert hier hinten noch irgendwo mit reingebaut. Station, das wird wieder... Jetzt wird es wieder gerost. Ich halte es erstmal alles klein. Wer weiß, was da alles kommt. So. Was kommen könnte, ist die nächste Folge. Ist schon wieder soweit. Meine Herrschaftszeiten. Boah, das ist aber sehr klein bemessen. Ja, wir können ja später erweitern, aber wir sind jetzt schon unter 100k. Wie gesagt, wenn da jetzt noch vier Räume kommen, dann wird es eng. Naja. Lieber... Du hast aber keine Spinde, oder? Ist nicht benötigt für den Raum. Kein Zwang. Wenn es ein Zwang wäre, dann kann ich den Raum nämlich nicht bauen. Ja. Ja, ich meine nur, weil ich glaube, die Spinde haben doch irgendeine positive Eigenschaft gehabt, oder? Erhöhen die nicht irgendwie die Qualität oder sowas? Krankenhausambiente und Mitarbeiterzufriedenheit, irgendwie sowas. Spind? Das ist doch der Mitarbeiter-Spind. Langsam wird es echt ein bisschen unübersichtlich. Ich wünsche, man könnte einfach, dass du eigentlich... Aber du bist gerade in allen Räumen. Du müsstest eigentlich direkt auf den Raum, den du gerade gebaut hast, gehen. Da wird es dir angezeigt. Hier auf Anpassen. Anpassen ist nur Boden und Wand. Ach so. So, Spind. Erhöht Ausstattungslevel. Mehr nicht. Oh, okay. Hm, na gut, dann. Die gehen dann manchmal da hin, machen die Tür auf. Wandmonitor war, glaube ich, gut, oder? Wandmonitor war gut, aber ich weiß nicht, kriegen wir die hinter die Betten? Oh, tatsächlich, das geht mittlerweile. Oder ging das früher schon? Ich weiß es nicht. Ich kann mich erinnern, dass das irgendwie nicht ging, weil dann kein Fußweg davor war, weil ja immer alles Fußweg erreichbar sein musste hier. Ja, weiß ich nicht. Aber da könnten... Das wäre jetzt perfekt für den Borgraum. Die ganzen Monitore. Hier werden sie sicher bald gesungen. Oder die Schneebienen. Warte mal, machen wir mal die Schneebienen. Naja, ja. Nur vielleicht. Ja, komm. Passt schon. Gute Freunde. Dann würde ich sagen, bedanke mich wie immer beim Walvo für das Mitmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Wenn es wieder heißt, mit guter Laune gegen schlechte Krankheiten. Gegen schlechte Ärzte. Irgendwie so. Jo, macht's gut. Wir können gleich nachschauen, ob es neues Personal gibt. Gleich in der nächsten Folge. Genau. Bis dahin. Tschö. 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 Tschö.